Richtig melüften mit Home Assistant und das ohne Programmierkenntnisse. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Smart Home & More. Im heutigen Thema geht es um richtig lüften mit Home Assistant. Ja, dazu gibt es schon das eine oder andere Video. Das habe ich auch gesehen. Allerdings sind meistens dort immer irgendwelche Templates auch verwendet worden. Das kann man so machen, würde ich vielleicht selber auch so machen. Aber es geht halt auch ohne Programmierung. Weil viele von euch wollen vielleicht kein Template programmieren, sondern die wollen einfach auch etwas zusammenklicken, weil es einfacher ist. Und weil man sich vielleicht auch gar nicht mit dieser ganzen Programmierung auseinandersetzen möchte. Dazu gibt es ein Tool, was uns das ermöglicht. Da werde ich auch gleich nochmal drauf zukommen. Zunächst einmal aber gibt es gewisse Indikatoren, die man benötigt, um zu errechnen, ob man lüften sollte oder nicht lüften sollte. Und die errechnen sich aus der Temperatur im Innenraum, der Luftfeuchtigkeit, der relativen Luftfeuchtigkeit im Innenraum und daraus resultierend der absoluten Luftfeuchtigkeit im Innenraum. Ebenso brauchen wir aber auch die Informationen über die Temperatur außen, die Luftfeuchtigkeit, die relative Luftfeuchtigkeit außen, als auch die absolute Luftfeuchtigkeit draußen. So und wenn ich halt eine absolute Luftfeuchtigkeit habe, dann sollte diese absolute Luftfeuchtigkeit außen natürlich geringer sein als im Innenraum. Weil wäre sie jetzt höher, dann würde ich die Feuchtigkeit von außen ja nach innen holen. Und das möchte man ja nicht. Man möchte ja die Feuchtigkeit von innen nach außen bringen. Also man möchte sie rausnehmen. Das geht nur dann, wenn dieser Wert halt außen geringer ist. Man spricht davon, dass man irgendwo zwischen 15 und 20 Prozent weniger absolute Luftfeuchtigkeit haben sollte. Ich habe da mal recherchiert. Wenn ihr genau wisst, wie viel Prozent Abweichung dort zulässig sein sollten, was der optimale Wert ist, würde mich interessieren. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren hinterlassen. Wir werden jetzt in diesem Video einmal diese einfache Variante behandeln. Einfach zu gucken, ist die Außenluftfeuchtigkeit geringer als die Innenluftfeuchtigkeit. Dann komme ich auch komplett ohne ein Template klar. Ich werde aber auch die Variante euch zeigen, wie es mit einem Template geht, wo ich einen prozentualen Wert, in dem Fall sagen wir mal nur zwischen 19 und 20 Prozent, Abweichung der Luftfeuchtigkeit von außen zu innen haben muss, um einen Lüftungs-Input-Helfer dann hinterher zu aktivieren, der uns signalisiert, ja, jetzt muss gelüftet werden. Also die eine Variante ist die ohne Programmierkenntnisse. Die zweite Variante ist die, wo ihr euch zusammen kopieren könnt, um das Ganze vielleicht noch etwas geschickter und schöner zu machen. Wir schauen hinein. Und zwar habe ich eine Seite gefunden, die es uns erlaubt, die Luftfeuchtigkeit, die absolute Luftfeuchtigkeit aus Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit zu berechnen. Und zwar auf der Seite wetterox.de, wetterfeuchte.html. Ich weiß jetzt nicht, wer der Autor davon ist. Herzlichen Dank aber dafür. Und hier ist auch die Formel aufgeführt und aufgelistet, so dass man das auch manuell alles nachvollziehen könnte. Und man kann jetzt hier also auch Werte eingeben, wie zum Beispiel die Temperatur, nehmen wir mal irgendeine Temperatur im Innenraum, 21 Grad, eine Luftfeuchtigkeit von 45 Prozent, gehen dann auf Berechnen und kriegen jetzt hier diese absolute Luftfeuchte in Gramm pro Kubikmeter. Warum das Ganze? Ich möchte natürlich kontrollieren, ob diese Integration, die wir gleich nutzen werden, ob diese Integration auch genau ist und dieser Wert mit dem korreliert, wie das in der Formel steht. Und so haben wir eine einfache Möglichkeit, das zu überprüfen. Die Integration, von der ich spreche, nennt sich Thermalkomfort. Und diese Integration hat numerische Indizes, hat aber auch Bio-Indizes. Das heißt Wohlfühlfaktoren, die damit einfließen, wo statistische Daten dann halt auch mit herangezogen wurden, um halt diese Informationen zu einem Sensor, zu einer Entität zu machen. Hier hat man mal einen Überblick davon, was da so alles drin enthalten ist. Wir wollen uns jetzt mal komplett auf diese absolute Humidity konzentrieren, weil das ist das, was wir brauchen, nämlich diese absolute Luftfeuchtigkeit. Und wir werden zusammen diese Integration installieren. Dazu beheben wir uns in unsere Home Assistant Instanz zu HACS, gehen auf Integrationen und auf Durchsuchen und Laden von Repositories und suchen jetzt hier nach Thermalkomfort. Das klicken wir an und laden es herunter. Wie immer, wenn man eine HACS-Erweiterung heruntergeladen hat, muss nun das System neu gestartet werden. Das können wir tun, indem wir auf Einstellungen gehen, auf System, hier auf den Button drücken und auf Home Assistant neu starten gehen. Wurde unser Home Assistant neu gestartet, gehen wir auf Einstellungen, Geräte und Dienste und fügen eine Integration hinzu. Suchen hier nach Thermalkomfort und können jetzt unseren ersten Sensor erstellen. Hier tippen wir jetzt mal ein, Sensor Innen. Das heißt, wir wollen uns zunächst einmal die Werte für den Innensensor generieren und wählen uns jetzt hier als Sensor einen aus, der jetzt hier Sinn macht. Dann nehme ich den Sensor aus dem Büro für die Temperatur und den gleichen Sensor für die Luftfeuchtigkeit. Ich sage Absenden und habe jetzt einen ersten Sensor erstellt. Wenn wir jetzt hier in den Eintragungen schauen, müsste jetzt hier auch die Integration irgendwo sein. Hier kann man sie sehen. Wir drücken da drauf und es werden uns zunächst einmal 15 versteckte Entitäten angezeigt. Ich habe jetzt bewusst keine ausgewählt, weil das so einfacher und schneller ist. Ihr könnt die aber auch in dem ersten Schritt, hättet ihr sie auch schon auswählen können. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine von diesen Entitäten haben wollt, drückt ihr jetzt zum Beispiel auf die absolute Luftfeuchtigkeit, auf dieses Rädchen hier oben und wir wollen diese aktiviert haben. Aktualisieren das Ganze und dann dauert das ein paar Sekunden, bis er uns das anzeigt. Wir können derweil noch einmal hier zurückgehen, legen uns dann am besten auch direkt schon den zweiten Sensor an. Wir gehen also wieder auf Eintrag hinzufügen und machen jetzt unseren Sensor außen. Wir nehmen jetzt hier einen Temperatursensor, der uns die Außentemperatur anzeigt und einen für die Luftfeuchtigkeit. Senden ab, sagen fertig und auch hier gehen wir wieder auf dieses Gerät und jetzt zeigt er uns auch hier für den Innensensor schon die Luftfeuchtigkeit an. Ich habe mich, glaube ich, verknickt, weil er hier unten ist, aber es ist ja in Ordnung. Hier zeigt er uns jetzt auch schon die absolute Luftfeuchtigkeit an von 8,41 Gramm pro Kubikmeter. Wir schauen uns noch einmal kurz diese Entität an, die wir genommen haben. Büro und er hat eine Temperatur von 21,77 Grad. Das heißt, wir werden das mal hier wieder eingeben. 21,77 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 43,91 Prozent. Also geben wir hier 43,91 ein und berechnen uns den Wert. Das heißt, die absolute Luftfeuchte sollte bei 8,4 Gramm pro Kubikmeter liegen. Wir gehen zurück zu unserem Sensor und schauen uns mal an, ob dieser Wert korreliert. 8,41 8,4 Wir können also mit diesen Werten arbeiten. Die Formel, die dort in dieser Integration unterlegt ist, scheint zu stimmen. Für den Sensor außen schalten wir uns derweil dann auch die versteckte Entität wieder frei, indem wir hier drauf drücken und aktualisieren das Ganze und warten wieder ab. So, mittlerweile haben wir auch hier einen Wert für. Wir sparen uns jetzt mal das Kontrollieren und haben jetzt also zweimal eine absolute Luftfeuchtigkeit, mit der wir rechnen. Als erste Automatisierung wollen wir uns eine einfache Automatisierung erstellen, die einfach nur schaut, ob die absolute Luftfeuchtigkeit außen geringer ist als die absolute Luftfeuchtigkeit innen. Und dann einen Input-Helfer und Schalten, der uns dann halt als Signalisierung oder als zusätzliche Trigger dienen kann. Dazu gehen wir unter Einstellungen, Geräte und Dienste, Helfer und sagen Helfer erstellen und erstellen uns einen Helfer, einen Schalter. Den Schalter nehmen wir Lüftungshelfer einfach und erstellen uns den. Dann gehen wir auf Einstellungen, Automatisierung und Szenen. Erstellen uns eine Automatisierung, sagen neue Automatisierung erstellen. Fügen als Auslöser Zeit und Ort einen Zeitraster hinzu. Wir wollen jede Stunde überprüfen. Slash 1. Hier wie gesagt könnt ihr auch beliebige andere Werte verwenden oder auch andere Trigger verwenden. So wie euch das beliebt. Dann gehen wir auf Dann mache und wollen dann eine Wenn-Dann. Könnt ihr hier Wenn eingeben, könnt aber auch genauso gut auf die Bausteine hinzufügen gehen. Dann erscheint das auch. Die Abfrage, die wir jetzt durchführen wollen, ist die Bedingung ist ein numerischer Zustand, nämlich Entität, numerischer Zustand. Und zwar die absolute Luftfeuchtigkeit außen soll unterhalb, und jetzt können wir hier als numerischen Wert eine andere Entität wählen, unterhalb der absoluten Luftfeuchtigkeit innen sein. Wir können kurz testen, ob das funktioniert. Ja, die Bedingung ist erfüllt, dem ist so. Dann wollen wir eine Aktion ausführen. Und zwar wollen wir unseren Switch-Input einschalten und wählen uns jetzt unseren Lüftungshelfer einfach aus als Else. Das heißt, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, wollen wir ihn ausschalten, also auch wieder hier. Dann gehen wir wieder auf den Input, Pulcher-Wert, ausschalten. Auch hier wieder unserer Lüftungshelfer. Wir nennen die Automatisierung einfache Lüftungsprüfung. Es würde jetzt jede Stunde geprüft werden, ob die absolute Luftfeuchtigkeit außen geringer ist als die absolute Luftfeuchtigkeit innen. Und wenn das der Fall ist, wird unser Lüftungshelfer aktiviert oder deaktiviert. Könnt ihr mal einmal ausführen. Jetzt müsste unser, wenn wir jetzt bei den Helfern schauen, einfach, der ist jetzt aktiv. So habt ihr eine einfache Indikation, die könnt ihr euch auf dem Dashboard irgendwo hinlegen, könnt euch da irgendein Bildchen noch hintersetzen. Also da habt ihr jetzt alle Möglichkeiten oder ihr könnt es halt auch für einen Trigger, für eine Automatisierung verwenden. Das heißt, wenn der aktiv ist, dann wollt ihr eine Benachrichtigung haben. Zum Beispiel schickt euch dann ein Notify.notify, einfach, dass jetzt gelüftet werden kann oder halt nicht kann. So wie da gerade der Status ist. So, als nächstes wollen wir eine Automatisierung erstellen, die etwas weiter geht. Und dafür brauchen wir jetzt dann doch wieder Templates. Aber auch nur ganz einfach mit ein paar Grundrechenarten versehen. Wir werden das so gestalten, dass ihr das hinterher einfach verwenden könnt, also nehmen könnt, kopieren könnt und eure Entitäten entsprechend austauscht. Was wollen wir jetzt machen? Jetzt wollen wir gucken, ob die absolute Luftfeuchtigkeit draußen 20% oder N% geringer ist als die absolute Luftfeuchtigkeit innen. Und nur wenn das der Fall ist, dann soll uns dieser Helfer auch entsprechend signalisieren, jetzt kann gelüftet werden. Und wie das funktioniert, da schauen wir gleich rein. Wenn euch dieses Video gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben würdet und auch den Kanal abonnieren könnt. Um dieses Template zu erstellen, begeben wir uns auf die Entwicklerwertzeuge und gehen hier zu Template und fangen erst mal ganz klassisch an, indem wir eine geschweifte Klammer auf und eine geschweifte Klammer zu machen. Zwei, um genau zu sein. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Sollte bei euch das Ganze eher so aussehen, dass halt das Demo-Template noch drin ist, geht zuvor auf Löschen und dann habt ihr auch ein leeres Fenster hier. So, jetzt haben wir schon mal unseren groben Rahmen. Jetzt brauchen wir unsere Entitäten. Wir wollen jetzt die prozentuale Abweichung ermitteln. Das heißt, wir brauchen einmal die absolute Feuchtigkeit innen. Wir gehen jetzt davon aus, dass die innere dann höher ist. Das überragen wir ja auch ab. Also die absolute Luftfeuchtigkeit innen minus die absoluten Luftfeuchtigkeit außen. Dieses Delta, was dann dabei rauskommt, wollen wir prüfen, ob das 20 oder n Prozent oder wie viel Prozent das halt abweichend von der Innentemperatur, äh, von der Innenfeuchtigkeit ist, oder absoluten Innenfeuchtigkeit ist. So, und das heißt, wir brauchen als allererstes unsere Entität. Und zwar die absolute Luftfeuchtigkeit innen. Das könnt ihr machen, indem ihr auf die Entität geht, unter Entitäten euch die heraussucht und dann die absolute Luftfeuchtigkeit innen anklickt, auf das Zahnrädchen geht und hier draufklickt zum Kopieren der Entität. Diese fügen wir jetzt hier ein, machen ein Ctrl-V. Jetzt steht hier Sensor und Defined, was auch erstmal richtig ist. Wir wollen die States haben von dem Sensor. Und zwar nicht die States alle, sondern die State Sensor absolute Luftfeuchtigkeit. Und das können wir tun, indem wir hier einen Punkt State eingeben. Jetzt erscheint das Ganze schon als Wert. Das sieht schon mal gut aus. Wir machen eine Klammer drumherum. Und machen jetzt daraus ganz sicher einen Float, also einen Dezimalwert, indem wir einfach einen Float davor setzen. Das nennt man Typecast. Wenn euch das Thema der Templates interessiert, ich habe auch mal so ein Grundlagenvideo dazu gemacht. Ich werde es da oben dann noch verlinken, sodass ihr dann auch noch die Möglichkeit habt, da vielleicht ein bisschen tiefer einzutauchen. Jetzt haben wir diesen State hier schon mal da. Jetzt würde ich sagen, machen wir einfach folgendes. Wir machen ein Minus hier, kopieren uns hier das Ganze. Das stimmt jetzt dann zwar nicht, aber jetzt müsste ja da, der gleiche Sensor vom gleichen abgezogen, müsste ein Null herbei rauskommen. Das tut es auch. Aber wir wollen da jetzt abziehen vom Außensensor, also den Außensensor, den Innen vom Außensensor, die Differenz bilden. Das heißt, wir kopieren uns da die Entität und tauschen den Sensor jetzt hier an der Stelle einfach aus. Und jetzt kommt ein Differenzbetrag bei raus. Jetzt haben wir hier einen Sensor zu viel. Und der Differenzbetrag beträgt 1,70511. Jetzt wollen wir eine Prozentrechnung durchführen. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier alles mal 100 nehmen. Dazu packen wir aber diese beiden, diesen Differenzbetrag nochmal in eine separate Klammer, damit wir dann hinterher bei der Punkt-vor-Strich-Rechnung keine Probleme bekommen. Gehen also hier wieder ganz zum Anfang vor dem Float. Haben jetzt alles in einer Klammer. Der Wert bleibt jetzt der gleiche und können jetzt nach der Klammer ganz, wie wir es in der Schule gelernt haben, das Ganze mal 100 nehmen und machen einen Punkt 0,0. Dann weiß er auch, dass es definitiv ein Dezimalstellenwert, also ein Floatwert ist. Und haben jetzt hier die 170 stehen. Das sieht schon mal sehr plausibel aus. Jetzt müssen wir das Ganze noch teilen. Und zwar durch unseren Sensor hier, durch die inneren. Weil das ist ja unsere Referenz jetzt, wie wir die Prozentwerte berechnen wollen. Können uns den jetzt hier kopieren, fügen uns das jetzt hier ein und jetzt kommt hier dabei raus 20,533. Das ist uns jetzt allerdings mit zu vielen Nachkommastellen versehen. Wir wollen das noch ein wenig schöner haben. Wir machen jetzt hier noch einen vertikalen Balken hin. Da kann man dann immer Funktionen mit aufrufen. Und wir wollen sagen, schneid uns das halt nach der ersten Nachkommastelle ab. So, und jetzt brauchen wir allerdings auch hier wieder eine Klammer um das Ganze. damit er weiß, dass das nicht nur das untere hier ist, sondern auch im Prinzip die gesamte Funktion ist. Das heißt, zweite Klammer jetzt hier drum und hier hier auch drum. So, und jetzt kommt hier als Wert dabei raus 20,5. Das sieht schon mal ganz vernünftig aus. Um jetzt vorbeugend immer auch einen absoluten Prozentualwert zu haben, würde ich jetzt empfehlen, einfach noch ein Abs mit dazu zu machen, damit er dann halt auch die Dezimal, also die Negativwerte dann halt als absoluter Wert darstellt und wir keinen negativen Prozentwert haben. Macht die Sache nur sicherer. Das haben wir jetzt also getan und brauchen jetzt als nächstes einen Helfer. Nämlich einen Helfer, der uns diesen Prozentwert darstellt. Den werden wir uns ebenfalls zusammenbauen. Wir gehen dann unter Einstellungen, Geräte und Dienste, Helfer, und legen uns mit Helfer erstellen einen neuen Helfer an und nennen diesen Helfer hier als Template-Helfer und sagen ihm Template für einen Sensor erstellen. Dann vergeben wir noch einen Namen dafür. Nennen wir es einfach mal Prozentabweichung innen zu außen, absolute Luftfeuchtigkeit. Kann man bestimmt auch einen schöneren Namen finden. Kopieren jetzt hier unser Template hinein und sehen jetzt hier auch schon den Wert. Können jetzt als Maß eineinhalb Prozent angeben und als Geräteklasse auch, wenn es nicht ganz stimmt, aber dann wissen wir zumindest, worum es geht, ist die Feuchtigkeit. Wir sagen absenden und haben damit unseren Helfer erstellt. Wir erstellen uns eine neue Automatisierung, gehen auf Automatisierung erstellen, neue Automatisierung erstellen und wollen jetzt jede Stunde einen Auslöser haben. also das heißt, wir gehen auf Zeit und Ort, wählen uns Zeitraster periodisch, machen jetzt mit Slash eins jede Stunde. Ihr könnt das Intervall natürlich auch beliebig verändern und gehen dann auf Baustand hinzufügen und wir wollen dann ein Wenn-Dann haben, weil wir wollen jetzt abfragen, ob die außenabsolute Luftfeuchtigkeit geringer ist als die innere und der Prozentwert soll größer sein als sagen wir mal 20 oder 19 Prozent. So, das heißt, wir geben jetzt hier einen Baustein hinzufügen und wollen jetzt eine Unverknüpfung haben. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Dinge, die wir überprüfen wollen und die müssen beide zutreffend sein. Außen muss geringer sein und unser Prozentwert, den wir vorhin berechnet haben, muss größer als 19 Prozent sein. Das heißt, wir gehen jetzt auf Bedingungen hinzufügen und wollen jetzt den numerischen Zustand, Entität, numerischer Zustand und zwar von unserer Entität absolute Luftfeuchtigkeit außen. Diese soll unterhalb Modus sein, also geringer sein als der numerische Wert von unseren absoluten Luftfeuchtigkeit innen. Wir speigern das mal zwischen. Lüftungsprüfung. Damit wäre jetzt die erste Bedingung schon mal gegeben. Können wir mal testen. Die ist jetzt erfüllt. Und die zweite Bedingung, die jetzt hier noch reingehört in dieses und ist jetzt die Abfrage, ob die Prozentwerte auch passen. Bedingungen hinzufügen. Wieder Entität, numerischer Zustand. Als numerischen Zustand nehmen wir jetzt das, was wir vorhin als Helfer angelegt haben. Das war die Prozentabweichung innen zu außen, absolute Luftfeuchtigkeit. Der Wert soll über 19% sein. Wie gesagt, da könnt ihr natürlich einstehen, was ihr wollt. Würde mich interessieren, falls es da einen Richtwert gibt. Wir speichern das Ganze ab und prüfen auch das, ob der Wert Gültigkeit hat. Auch diese Bedingung ist erfüllt. Das heißt, beide sind erfüllt. Wir können ja jetzt hier mal, wir haben ja vorhin, was ich glaube, um die 40% war es gewesen. Wenn wir jetzt hier mal eine 60% eintragen, dann wäre die Bedingung jetzt, wenn ihr hier testet, nicht erfüllt. Aber, das heißt, es funktioniert. Wir gehen das Ganze so an und testen. Und testen jetzt beides. Das heißt, beide Bedingungen sind verknüpft, logisch und sind auch erfüllt. Dann wollen wir eine Aktion hinzufügen, nämlich wir wollen einen Input-Boolean-Helfer setzen. Den müssen wir uns zunächst noch anlegen, indem wir wieder unter Einstellungen gehen, Gerät und Dienst und Helfer, Helfer und legen uns jetzt einen Helfer an und zwar vom Typ Schalter und den nennen wir uns Lüftungshelfer. Wir können noch ein Symbol vergeben. Ich spare uns das jetzt. Es geht ja ums Prinzip. Wir führen jetzt hier die Einstellungen, gehen wieder zu unserer Automatisierung Lüftungsprüfung und waren jetzt hier an der Stelle gewesen, ob diese Bedingungen alle zutreffend sind. Dann wollen wir eine Aktion hinzufügen, nämlich wir wollen diesen Helfer auf On setzen, Eingabe-Booja-Wert einschalten, Turns on the Helper, das wollen wir tun und da wählen wir jetzt genau den Aus, Input-Booion-Lüftungshelfer, speichern das Ganze. So, wenn das ist, dann soll er das machen. Ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, dann soll er uns den Helfer wieder ausschalten. Also wieder Aktionen hinzufügen, Input-Booion, wollen wir jetzt ausschalten, nehmen uns wieder unseren Lüftungshelfer und speichern. So, wenn das jetzt hier zutreffend ist, dann würde er uns das jetzt in Einschalten. Jetzt gucken wir mal. So, der Lüftungshelfer ist jetzt eingeschaltet. Wir haben jetzt manuell das Ganze ausgelöst. Jetzt werden wir einfach mal einen Wert hier verändern. Und indem wir diese Prozentabweichung jetzt hier mal auf 80% setzen, führen jetzt diese ganze Aktion hier oben nochmal aus, ausführen. Und jetzt sollte der Schalter auch wieder ausgehen. Den könnt ihr jetzt wiederum in einer anderen Automatisierung nutzen, um euch eine Meshat zu schicken oder auf dem Dashboard euch das anzuzeigen. Da habt ihr jetzt vielfältige Möglichkeiten. Wir brauchen schon ein Template für die Berechnung. Das könnt ihr euch aber kopieren, aber diese vielfältigen Berechnungen der absoluten Luftfeuchtigkeit, die könnten wir uns jetzt sparen. Und vielleicht reicht ja euch auch eine Automatisierung, wo ihr einfach nur schaut, ob der Wert kleiner ist oder größer ist, je nachdem, was ihr machen wollt. Dann braucht ihr auch diese Prozentrechnung nicht. Ich habe es jetzt trotzdem mal mit hineingenommen, sodass ihr die Möglichkeit habt, auch etwas präziser damit umzugehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und auch darüber, wenn ihr den Kanal abonnieren könntet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.